Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe bei der lieben Franca Verwurz ihren Kanal mitgemacht und habe gewonnen mit dem Hashtag Goodiebox. Ich habe ihr meine Adresse geschickt, sie hat sie weitergeleitet an Goodiebox selber und mein Gewinn ist angekommen. So, ich war am Anfang irritiert, ich habe auch die liebe Franca mal angeschrieben, weil zwei Boxen gekommen sind und das scheint ein aus Versehen Gewäss zu sein und deshalb gucken wir mal in beide Boxen rein, was schönes drin ist und eine Box wird dann verlost. Das sind einmal die zwei Boxen und da schauen wir jetzt einfach mal nacheinander rein und gucken ob das der gleiche Inhalt ist. Was haltet ihr davon? machen wir beide auf und machen wir nebeneinander einfacher. Beide auf und in beiden ist auch ein Flyer mit drin, worauf schließt Epic Welcome to Happy Selfcare, alles auf Englisch, ich in Englisch und ein QR-Code, in der anderen Boxen ist das gleiche, also schon mal klein, dann machen wir beide auf und mit dem auch auf das gleiche genau, zweimal das gleiche, wenn die auf ist, zwölf Monate halb, das sind Shea Butter, Olivenöl, Sunflower, 100ml steht da, zweimal das gleiche, dann haben wir hier, das aussieht ist auch das gleiche drin, Gold Texturing Spray Wax in 75ml, ist auch in beiden Boxen gleich, das macht man sich in die Haare, ähnlich wie Haarspray, kann man sich auch auf die Hand machen, steht sie hier. Gold Texturing Spray Wax verleiht feinem, dünnen oder mattem Haar Volumen und Struktur, Anwendung Flasche kräftig schütteln, die gewünschte Menge ins trockene Haar sprühen und verteilen. also wie H3. Also ist auch beiden Boxen gleich. Dann haben wir hier von eCooking was drin und zwar das Vitamin C Serum. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber okay, ist wieder in beiden Boxen gleich drin. E-Cooking soll eine gute Naturmarke sein. Dann haben wir von Elemist das Superfood Glow Priming Moisturizer Illuminating. Den kann man als Gesichtscreme oder als Primer benutzen von Elemist. Sehr gut. Dann haben wir von Kind Beauty Calm Kind Mist. Ein Hydrating Setting Mist. Auch zweimal. Jeweils in einer Box drin. Und zu guter Letzt haben wir von Tease ein Lipgloss drin. Den lasse ich mal zu den einen. Den einen mache ich auf. Ja, das ist so ein Nude, Nude, Schimmernude. Wir sehen doch mal, dass man das sieht an der Kamera. Ich glaube es ist nicht wirklich. Aber ein Schimmernude. Und da ist auch beides jeweils in der gleichen Farbe. Jetzt weiß ich doch, dass da vorne die Farbe sei es so. Oh je. Nein, kann man nicht lesen. Ich glaube Grave ist die Farbe, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Dann mache ich mal die eine Box wieder zusammen. Obwohl, ich zeige es euch mal. Ein Lipgloss von Tease. Von Kind Beauty Hydrating Mist. Von Elemist ein Superfood Primer. Von Gold ein Haarspray, wo Struktur und Fülle verleiht. Von E-Cooking ein Vitamin C Serum. Und von Tia de Mars die 011 eine Body Lotion. Das war mein Gewinn von der lieben Franka, wo ich von Goodiebox selber zugeschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich echt riesig gefreut, dass ich gewonnen habe. Und da sie mir jetzt zwei Boxen mit jeweils dem gleichen Inhalt zugeschickt haben, verlose ich die eine Box. Und da ist auch drin, von Tease, die Lipgloss. Von Tease, die Masse, die Body Lotion. Von Gold, das Haarspray, Haarwachs. Von Kind Beauty, der Hydrating Setting Mist. Von Elemist, Superfood Glow Briming. Als Gesichtsbrimer oder Gesichtscreme, wie man möchte. Und von E-Cooking, das Vitamin C Serum. Ja, es muss ein Ausversehen gewesen sein. Also, dass die mir so zwei gleiche Boxen geschickt haben. Warum, weiß ich nicht. Deswegen tue ich jetzt eine Box dann an euch verlosen. Ihr kriegt sie dann so, wie sie gekommen ist, auch zugeschickt. Da oben steht Goodiebox. Ja, was müsst ihr dafür tun? Gute Frage, ne? Sagen wir, wir nehmen den Hashtag den Hashtag Goodiebox. Die Verlosung geht von, also wenn das Video online ist, ab dem Tag geht sie bis zum 30.3. Ja, bis zum 30.3. Ne, 30.3. Ich schon gar nicht. Das ist, glaube ich, unter der Woche, oder nicht? Ich muss gerade mal kurz gucken. Moment, bitte. So, ich habe jetzt gerade im Kalender geguckt. Also, die Verlosung geht ab Öffentlichung des Videos, äh, ne, wenn das Video öffentlich ist, so, hochgeladen ist. Und die Verlosung geht bis zum 26.3. Ja, und danach wird dann ausgelost. So, dass man es dann ungefähr nach dem 1. April dann noch rausschicken kann. Also, nochmal von vorne. Erstens, öffentlicher Abonnent meines Kanals sein. Bitte guckt, dass ihr auch öffentlicher Abonnent meines Kanals seid. Mich abonniert habt, dass man es auch sieht. Ich schreibe es zwar immer drunter, wenn ihr kein öffentlicher Abonnent seid, aber manche reagieren doch gar nicht drauf, manche ja. Also, keine Ahnung warum. Dann mit dem Hashtag Goodiebox, genau. Und die Verlosung geht bis zum 26.03.2023 um 23.59 Uhr. Und danach wird dann ausgelost, wer gewonnen hat. Und ich wünsche jedem viel Glück bei der Verlosung. Logisch. Ich würde ja gerne jeden gewinnen lassen, aber ich bezahle alles selber. Auch wenn jetzt die Box, die eine Box gewonnen hat und die haben wir jetzt auch in die zweite geschickt. Aber ich zahle nochmal alle Produkte selber. Und von daher kann ich leider Gottes nicht jedem gerecht werden. Aber ich wünsche euch allen viel Glück bei der Verlosung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich bei der lieben Franka gewonnen habe. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox auch. Und herzlichen Dank an Goodiebox, dass sie mir den Gewinn zugeschickt haben und eine zweite Box zugeschickt haben, dass ich es an meine Abonnenten verlosen kann. Dass die dann auch mal eine Chance haben, eine ganze gute Box zu gewinnen. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber trotzdem. Ich wünsche jedem viel Glück. Ich schreibe nochmal alles in die Infobox, das öffentliche Abonnent, dass die Verlosung bis zum 26.03. geht. Einen Kommentar mit dem Hashtag Goodiebox. Ich schreibe alles nochmal unten rein. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.